Die Wahlresultate, wie Sie sich jetzt präsentieren, was sagen Sie dazu? Ja, aus SP-Sicht sind Sie vorsichtig positiv. Sieht so aus, dass wir unseren Wähleranteil halten können. Die Sitzverteilung im Nationalrat könnten wir ein oder zwei Sitze verlieren. Im Ständerat haben wir einen Sitz dazu gewonnen. Insgesamt für uns stabil. Ganz kurz, Situation im Aargau. Hier haben Sie sicher einen Sitz verloren. Max Schopper schmerzt das? Ja, das schmerzt, weil Max Schopper ist ein starker Gewerkschafter, ist sehr engagiert, auch als Parlamentarier. Und das tut sicher weh, ja. Herr Löwra, Sie haben immer gesagt, es geht um sieben Sitze, die entscheidend sind. Jetzt hat die SP im Nationalrat zwei verloren, mit den grünen sieben. Was bedeutet das jetzt? Ja, es bedeutet, dass rein theoretisch für Sachgeschäfte im Nationalrat die Rechten eine Mehrheit hätten. Sie haben allerdings überhaupt keine Mehrheit im Ständerat. Und da wird diese Situation entweder zu einer Blockade führen oder zu einer etwas offeneren Politik und zu einer neuen Kompromissfähigkeit in der Bundespolitik. Das ist das, was ich uns wünsche. Das ist das, was ich wünsche.